...ein außererklärenden Ergebnissen in der Presse, was normal ist, über die nun haben berichtet, dann tolle ich mich auf, das von den Boxern und die 2.3 Eltern schrecklich zu haben, dass die Ehren auch misshaben. Es ist aber gar nicht vorgekommen, dass die Boxer berichtet wurden auf Legatitel, da muss er auch berechtigt oder nicht, darüber geht es ja nicht. Das wollen wir nicht im Amateurboxverband und im Amateurboxverband. Entweder ist es, dass der Verlauf ist da, der Eltern, dass über den Jugendlichen gesprochen wird, auf Legatitel, ich denke mal nicht mehr, dass das ja nicht hart wird. Aber deswegen, wenn wir hier über das Ergebnis gezogen, genau etwas verrichten, verbraucht die Erlaubnis dieser Person. So, denn das ist nicht Pressefreiheit, wie es man gelohnt gesagt hat, die der Nachbarn hat sowieso. Selbst die Prinzessin von Monaco hat nicht gewünscht wie auch Prinzessin gewonnen, als man den Nachbarn so eine Papierpappe unterhalten hat. So, das zu dieser Sache. Ich hoffe, die Herzen der Presse, das ist ein hoher Verabschiedsverband. Vielen Dank. Und für die Zukunft werden wir natürlich hier vom Verein, einem vereinskernigen Währung, machen auch gerade nur eine Pressemitleidung machen, die natürlich entsprechend an die Vorschriften des Verbandes angelegt sind. Versteht sich das selber. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.